so leute und herzlich willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal titanium rockets sind heute angesagt von agento kranke scheiße haben wir hier wieder zweifach sortierte raketen also quasi fünf verschiedene inhalt ist er 10 200 gramm nem haben wir hier drauf ich frage mich wie die das hinbekommen weil die haben den überkranken titanium aufstieg also einen silber aufstieg quasi sind so ein bisschen wie die silberraketen aber verarbeitung wieder herrlich außer jetzt mal das ja als beispiel die weiße 20 gramm wieder stark und die gucken wir uns jetzt an ich wünsche euch viel spaß beim test mit der titanium rocket machen wieder noch mal aufschlag alter stark Ja, schick. Rot. Das war irgendwie eine schwere Entscheidung, weil die alle so geil aussieht. Kranke Scheiße. Richtig, das macht zu ordentlich. Aber so weit höher als die normalen Raketen geht die gar nicht. Nö, nö, nö. Nö, 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 nö. So, jetzt kommt die Goldene, ne? Liebe Leute. Irgendwie alle Blinker, hab ich das Gefühl, ne? So, jetzt haben wir noch die Whites und die Multicolor. Das machen wir nacheinander. Schön auf entspannt. So ruhig ist das jetzt wieder im Chemnitz. Das ist kurz nach halb zwölf. Ja. Das ist erst die Whites. Alles Blinker. Also wer Blinker-Raketen mag, der ist hier schon mal richtig. Aber ey, der Aufstieg, der Aufstieg, der macht's einfach. Ey, der ist so geil. Die war eigentlich am schönsten. Jetzt gibt's noch mal auf Schlag die Scheißdinger. Wollte ich gerade sagen. Junge. So gefällt mir das. Kann ich euch nur ein Herz legen. Stimme. Oh, geil. Geil der Teilen.